Was passiert in Deutschland etwas ganz Grausames? Das ist ein Verbrechen, das ist Kuffer, Unglaube nach Imam Malik, nach Imam Abu Hanifa, nach Imam Shafi, nach Imam Ahmed Hanbal, nach allen Rechtsschulen des sunnitischen Islams und auch nach den schiitischen Gruppen. Dies ist eine Akida, mit der noch kein Muslim bisher aufgetreten ist und das ist eine Lüge über den Koran, wo die Hölle an vielen, an dutzenden, an unzähligen, fast unzähligen Stellen beschrieben wird. Und deswegen, liebe Schwestern im Islam, dieser möchtige Islamlehrer, dieser Pseudo-Gelehrte, der seinen Bachelorabschluss angeblich in Libanon gemacht hat, der versucht den Islam zu verdrehen, der heißt Mohamed Khurshid. Und am 28. kommt der Bundespräsident nach Münster, um ihm bei seiner Islamverdrehung und seiner Islamzerstörung zu helfen. Und das dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Und ich werde an diesem Tag, am 28. in Schala dort sein und eine Kundgebung machen. Und ich fordere dich, Mohamed Khurshid, ich fordere dich zur Debatte heraus. Dann kannst du kommen und kannst uns mal erklären, wie das ist, dass Atheisten angeblich Muslime sein können. Und dann kannst du uns erklären, wie es sein kann, dass es keine Hölle gibt als wahren Ort. Ich bin da. Du kannst nach vorne kommen, du kannst auf die Bühne kommen und kannst deinen Schwachsinn mal in meiner Gegenwart preisgeben. Und dann wirst du sehen, wie argumentativ mit dir der Bodengewicht wird. Ganz klar und deutlich. Und ich rufe jeden Muslim an, der Allah und seinen Gesandten liebt. Und es geht hier nicht um Piafogel. Es geht hier nicht um Salafisteln, Misteln oder was auch immer. Hier geht es darum, dass Kufr als Islam verpackt wird. Es wird gesagt, Islam ist Barmherzigkeit, Islam ist sowieso Barmherzigkeit. Und dann wird so getan, als wenn er der Erste wäre, der das erfunden hätte. Dann wird so getan, als wenn er der Erste wäre, der damit gekommen wäre, dass der Islam Barmherzigkeit ist und dass der Islam eine Religion ist, die lehrt, dass Allah seine Diener liebt. Dieser Typ erzählt, Allah hat uns nicht erschaffen, damit wir ihm dienen. Allah sagt in Surah 51, Vers 56 oder 57, Ich habe die Menschen und die Jinn nur dazu erschaffen, dass sie mir dienen. Es ist also eine Entstellung des Islams. Hier werden falsche Glaubenslehren verbreitet an unwissende Kinder, die den Islam nicht richtig kennen. Und deswegen, liebe Geschwister, unterstützt uns. Und schreibt jetzt, schreibt jetzt an den Zentralrat der Muslime, an DITIB, an Milgerisch, E-Mails und sagt ihnen, wir fordern von ihnen, dass sie diesen Typen da vom Sockel runterholen, damit er in den Dschungel gehen kann und dort den Affen irgendwas unterrichten kann. Aber nicht unseren Kindern und nicht unseren Jugendlichen. Weil diesem Donaldismus, den der verbreitet, das hat mit dem Islam nichts zu tun, das ist Donaldismus. Das ist Dagobert Duck und Daniel Düsentrieb. Das soll anderen Leuten erzählen, aber nicht uns. Und glaubt es, wir stehen hier. Ich stehe hier, inshallah, ja, und an mir kommt keiner von diesen Freaks vorbei, selbst wenn er dribbeln kann wie Lionel Messi. Inshallah. Möge Allah, subhanahu wa ta'ala, uns festigen, uns Erfolg geben. Und wir lieben diese Religion und wir sind bereit, für diese Religion zu sterben. Möge Allah uns festigen. Amin. Subhanakallahum abihamdik, ashadu allah ilayna, astaghfirullah tuburlik.